moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie die zombies season 6 herausforderung hochfrequent lösen könnt und zwar müsst ihr mehrere runden überleben mit aktiven krawallstarter ich zeige euch jetzt wie das am schnellsten geht geht dafür auf die neue map verlassen und aktiviert den krawallstarter das ist hier diese gelbe lampe die aktiviert ihr dann spawnen die zombies schneller und sind aggressiver dann stellt euch hier vor diesem lkw leute ungefähr ein meter oder ein zwei schritte hier von diesem reifen entfernt und dann springt dagegen also klettert da hoch und wenn ihr das dann richtig macht dann fallt ihr in den lkw rein krawallstarter ist für 20 runden aktiv also könnt ihr in ruhe chillen und wenn ihr ein bisschen abstand hält zum rand dann treffen euch die zombies auch nicht irgendwann spawnt aber die abscheulichkeit und bei der misst ihr aufpassen dann würde ich euch empfehlen nimmt den feuerring mit dann könnt ihr den auch down machen ansonsten war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten bis zum nächsten mal